Von 1G bis 5G, alles über die Entwicklung der Mobilfunktechnologie. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo Teacher präsentiert euch mal wieder den Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit mir, der Podcast, um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Betrieb, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause im Haushalt. Abonniert diesen Kanal auf YouTube, TikTok und Instagram, damit ihr keine neuen Videos und Infos zu der Welt der Elektrotechnik verpasst. Genauso auf Spotify und iTunes gebt ihr dem Podcast jetzt erstmal 5 Sterne. Das hilft mir mit dem Suchalgorithmus, kostet euch kein Geld und nur eine Sekunde Zeit. Das könnt ihr investieren für die Arbeit, die ich hier für euch investiere. Ja, vor nicht allzu langer Zeit habe ich ja ein gewisses Unternehmen in Berlin vorgestellt. Und eine Stelle als Ausbilder. Und habe euch auch mal so einen kurzen Einblick in die Welt der Mobilfunkfirmen gegeben. Und kurz nochmal als ja kleine Wiederholung, was viele gar nicht so wissen von euch. Auf unserem deutschen Mobilfunkmarkt gibt es aktuell ja 4 Netzbetreiber. Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1. Also Marcel Davies kommt bei Problemen persönlich bei Ihnen vorbei. War mal so eine Werbung von 1&1 in den 2000ern. Und da haben sich ganz viele ganz, ganz bitterböse beschwert. Das weiß ich noch, weil da bei 1&1, wo die dann an den Start gegangen sind, gab es natürlich diese ganzen Probleme und so. Und dann dachte man sich, oh man wälzt es halt auf den Kunden ab. Warum die Telekom groß ist, das hat sich da mit den 90ern damals was zu tun. Die haben da damals unserem Kohl viel, viel Geld in die Hand gedrückt. Und dass da eben nicht Glasfaser, sondern Kupfer noch liegt. Aber das ist eine andere Geschichte. So und diese eben genannten Netzbetreiber, also Telefonica, Vodafone, Telekom 1&1, sind abzugrenzen jetzt nochmal von diesen unterschiedlichen Mobilfunkanbietern, die selbst gar kein eigenes Mobilfunknetz besitzen. Und zwar Mobilfunkanbieter wie zum Beispiel jetzt Kongstar, Blau, Aldi Talk und wie sie alle heißen, verkaufen zwar Leistungen in den unterschiedlichen Mobilfunkstandards, also 1G, 2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G und so weiter, an euch Endkunden, besitzen selbst jedoch kein eigenes Mobilfunknetz. Also sie kaufen lediglich Kapazitäten bei den Netzbetreibern ein, welche sie wiederum an euch Kunden weiterverkaufen. Die bekommen natürlich andere Preise, weil sie im Prinzip der erste Abnehmer sind. Wenn ihr direkt beim Werk kaufen würdet, kostet es euch dann ein bisschen mehr. Wir wissen das bei dem Grundversorger, so ist es ja auch bei Strom. Also die Netzbetreiber sind neben ihrer Tätigkeit als Provider auch Mobilfunkanbieter für den Endkunden. Das ist nun mal so, es ist ja bei den Stadtwerken, je nachdem wo ihr gerade wohnt, oder E.ON, was weiß ich was, hier in Gießen ist es die SWG, SWT ist es die in Trier, Stadtwerke Trier, also im Prinzip SW und dann SWS, Stuttgart Werke. Also es ist so, dass ja da der Grundversorger ist, die stellen es erstmal zur Verfügung und dann gibt es diese ganzen kleinen Anbieter nochmal so, ja Yellow Strom und was weiß ich was für Anbieter im Wattenfall, wo dann sagen, okay wir nehmen das da auch ab und verkaufen es euch günstiger. Ihr müsst dafür nur entweder einen Monatsvertrag, Jahresverträge bei Mobilfunk, wir wissen es, da sind es ja meistens zwei Jahresverträge und was man ja auch wissen muss und das ist jetzt nochmal ein Tipp von mir, dass ja wenn ihr wechselt, also ihr solltet regelmäßig wechseln, also ihr solltet euch irgendwie Erinnerungen in euren Kalender packen, weil Neukunden sind immer eher oder lieber gesehen als Bestandskunden. Das heißt, wenn ihr irgendwie zehn Jahre bei einem Anbieter wart, dafür kriegt ihr keine Blumen, kriegt ihr keine Uhr zugeschickt oder einen Dankeschönbrief, gar nichts kriegt ihr dafür, sondern nur den teureren Preis. Deswegen regelmäßig wechseln, spart einiges an Zeit. So und damals, diese Firma in Berlin, ja baut ja diese Mobilfunkanlagen für diese Netzbetreiber, Telekom, Vodafone, Telefonica, 1&1 und dabei hat natürlich auch diese Firma einiges an Arbeit, damit wir in Deutschland ja wirklich überall gutes Netz bekommen. Ja und wie ich auch mal erwähnt hatte, aber es jetzt nochmal deutlich herausstellen möchte, das Volumen an übertragenen Daten im Mobilfunk steigt seit Jahren exponentiell. Also ich hatte jetzt auch wieder letztens das Gespräch in meinem Prüfungsausschuss, da hast du ja mit Meistern und so weiter zu tun, die eigenen Betrieb haben und die fragen sich auch, was macht man mit den ganzen Daten? Weil wenn man auf Baustelle ist, man macht viele Fotos, ja einmal für sich als Versicherung, aber auch irgendwo als Nachweis, dass man sagt, hey guck mal, das ist eine gute Arbeit gewesen, das zeige ich meinem Azubi. Also ich weiß es von mir als Lehrer auch, dass wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo in der Schule bin, ein Foto mache von einem, sei es ein Tafelbild, sei es aber auch irgendwie ein elektrischer Aufbau, egal was, man nimmt das doch nochmal ganz gerne, um nochmal drauf zurückzugreifen, da muss man nicht nochmal aufbauen, sondern man hat das abfotografiert. So, man möchte das aber auch irgendwo speichern, was macht man? So und nicht nur das mit den Datenspeicherungen, sondern auch mit der Datenübertragung, das nimmt ja immer mehr zu. Also wenn du irgendwo einen Cloud-Speicher hast von 5 Gigabyte, da brauchst du gar nicht erst anfangen, also da geht es ab einem Terabyte los und das ist im privaten Bereich. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was die Firmen da machen, ja, also das nennt man ja auch Big Data, wer davon nichts gehört hat, ist im Prinzip schon ein altes Kind, wenn man so möchte, aber man muss es einfach immer mal wieder erwähnen, auch für diejenigen, die sagen, hey, oh, habe ich noch gar nichts von gehört oder habe ich mal gehört, jetzt wisst ihr, in welchem Zusammenhang das steht. So, und wer von euch kennt es nicht, bei der mobilen Datenübertragung, da sind wir ja beim Mobilfunk, ja, kaum ist man über die Bundesgrenze hinaus oder sitzt nur im Zug, man muss ja nicht mal über die, ne, man sitzt im Zug und dann, okay, alles klar, er muss sich wieder mit dem nächsten verbinden, mit dem nächsten, mit der nächsten Antenne, sodass ich wieder eine vernünftige Verbindung habe. Also, ich weiß, wenn ich hier nach Frankfurt fahre, irgendwie in Frankfurt ist nicht schlecht, ja, wobei auch da die Hochhäuser und so weiter hier und da stören, wo man sich dann auch fragt, hey, Ausland, ich fahre über die Bundesgrenze raus, auf einmal habe ich 5G plus auf dem Land, ja, und dann komme ich wieder nach Alemannia, wo ursprünglich mein Industrieland war, nachdem Dr. Habeck, unser Kinderbuchautor, gemeint hat, okay, nee, wir machen grünen Strom und wir haben nach 20 Jahren Milliarden investiert, und kommen nicht auf mehr raus, sondern im Prinzip auf das, was wir jetzt haben, nur jetzt im Meer grün, so ein Bullshit, also egal, auf jeden Fall, ähm, mit diesem Wachstum oder mit diesem enormen Wachstum an übertragenen Daten im Mobilfunk steigen natürlich auch die Anforderungen an die Mobilfunkversorgung, also nicht nur die Stromversorgung, braucht Aufmerksamkeit, Wartung und Instandhaltung von den Grundversorgern eurer Stadtwerke und so weiter, sondern auch unsere Mobilfunkversorgung, ja, das heißt, ähm, ich meine, wenn man über die Ausbau der Netze redet, ja, man redet ja immer nur von den Stromnetzen, weil jeder möchte eine Wallbox haben, gut, E-Autos sind so zurückgegangen, zu Recht, ja, also bei den Strompreisen und wie viel Schrott da, also Klimabilanz mal ganz außen vor gelassen, aber auch mit, ne, Batterie, wie lange kann ich ihn stehen lassen, wie weit komme ich damit, und, 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 Preise, also wenn die günstiger werden, ich meine, wenn ich einem Kunden, einem Bürger ein, ein Geld zur Verfügung stellen muss, das fördern muss, dann kann das Produkt nicht so toll sein, sondern, ne, weil wenn ich dem 10.000 Euro in die Hand drücken muss, dass er das Auto kauft, ey, Junge, das ist genauso, wenn ich sage, ich gebe dir jetzt einen Bonus, wenn du bei mir unterschreibst, also, äh, wenn ich nicht von mir selber aus unterschreibe, das ist doch das, wo man überlegen muss, ich muss doch von mir selbst aus sagen, ich finde es da geil, ich mache das aus Überzeugung, und nicht, dass ich sage, okay, ich mache das aber nur, wenn ich die 10.000 bekomme, so, und so müsst ihr euch das mit den Stromnetzen, ja, jeder will eine Wallbox haben, und bei dem Mobilfunk, ja, so ist es da ja auch, muss ja ausgebaut werden, weil ihr habt ja irgendwo auch einen gewissen Standard, an den ihr euch gewöhnt habt, ich möchte euch aber auch in dieser Podcast-Folge noch zeigen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat, ja, dass wir eigentlich mal dankbar sein müssten, wo wir jetzt schon stehen, klar, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner im Ausland und so weiter, aber ich rede jetzt erstmal davon, ähm, was wir hier haben, so, und diese, äh, Anforderung, ja, führt wiederum zu einer steigenden Auftragslage, jetzt bei den Unternehmen, ja, wie dem Unternehmen in Berlin damals, und hinzu kommt, dass leistungsfähige Mobilfunkdienste wie 5G zwar enorm schnell große Datenmengen übertragen können, dafür jedoch in einem sehr hohen Frequenzbereich arbeiten, ja, also, wenn man jetzt schaut, in der Niederfrequenz, da sind wir so bei 10 hoch 6 Wellenlängen in Metern, oder 10 hoch minus 14 Elektronenvolt für die Physiker unter euch, also, wer in Physik gut aufgepasst hat, weiß, je höher die Frequenz, desto kürzer die Wellenlänge, und daraus resultiert eine geringere Reichweite, das sage ich jetzt nochmal, weil das ist wichtig, also, je höher die Frequenz, das heißt, wir haben ja auf der Steckdose 50 Hertz, wenn wir jetzt 100 Hertz hätten, dann wäre die Wellenlänge von diesem Sinus wäre kürzer, und wenn die Wellenlänge kürzer ist, dann haben wir natürlich auch eine geringere Reichweite, so, und deshalb müssen jetzt noch mehr neue Standorte gebaut werden, um den Abstand zwischen den Sendeanlagen zu verkleinern, und so eine gute Netzabdeckung zu gewährleisten, das heißt, ich brauche dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so weit mein Signal übertragen kann, weil 5G, hohe Frequenz, geringere Wellenlänge, oder kürzere Wellenlänge, geringere Reichweite, heißt, ich brauche mehr Antennen, die dann das Signal weiter schicken, im Prinzip, ja, dass das verstärkt wird auch noch, das heißt, ich brauche dann einen Verstärker, ich brauche eine Antenne, wieder einen Empfänger, die schickt das dann weiter, ja, ihr könnt euch das im Prinzip vorstellen, so, dass ich, wenn ich einen Eimer Wasser durch die Wüste trage, ah ja, ist irgendwie blöd, wenn ich, äh, von den Eimer durch die Wüste, ist er irgendwann trocken, wenn ich gelaufen bin, so, das heißt, ich muss jetzt im Prinzip diesen Eimer nehmen, zum nächsten, zur nächsten Oase, da fülle ich den rein, na, damit die Oase weiter voll bleibt, kann das wieder weiter mitnehmen, und so weiter, dass ich dann, schlechtes Beispiel, jetzt mal gerade so aus der Luft gegriffen habe, ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine, ich muss das Signal immer weiter verstärken, mehr Sendemasten, mehr Antennen, und so weiter, sodass das Netz hier abgedeckt ist, so, und, ähm, der gesamte Netzbereich vom Funk, ja, ist ja sehr komplex, ja, also, ist wirklich, ähm, gliedert sich ja in eine Vielzahl von unterschiedlichen Funkanwendungen auf, da haben wir jetzt einmal, was ihr alle schon kennt, ist, äh, der Flugfunk, also Tower, Blackbox, und so weiter, ihr kennt es aus Filmen, ihr kennt es aber auch, wer schon am Flughafen war, ne, das hier, okay, der Tower gibt dann, äh, Bereitschaft, ja, okay, ihr könnt losfliegen, ihr könnt jetzt ab, ihr könnt jetzt starten, und so weiter, ne, mit dem Fluglotsen, da muss auch Funk funktionieren, so, das heißt also, es wird ja auch wieder geguckt, okay, wer, wer ist zuerst dran, wer ist wichtiger, und auf welchen Frequenzen senden die, ja, wie wird da denn die Übertragung gemacht, weil, wenn die Flugzeuge da oben in der Luft sind, da muss natürlich auch die Funkverbindung stehen, egal, wo die jetzt gerade sind, mit Wolken, mit Unwetter, und so weiter, da hört man schon raus, okay, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Dann natürlich, neben dem Flugfunk, gibt es noch den Satellitenfunk, ja, für euch zu Hause, aber auch jetzt, äh, NASA, wir kennen es alle mit diesen riesen Satelliten und so weiter, bei den, äh, Michael Bay Filmen von, äh, Transformers, erinnere ich mich immer ganz gerne dran, oder der See- und Binnenschifffahrtsfunk, das muss natürlich auch gewährleistet sein, und natürlich, ja, der Rundfunk, ja, Radio, Fernsehen, GEZ, wer es zahlt, es bläht, ähm, und dann Funkanwendungen der Behörde und Organisation mit Sicherheitsaufgaben, also der BOS-Funk, ja, und natürlich viele mehr. So, und das Grundprinzip aller Funkanwendungen ist nun mal, das wissen wir wahrscheinlich jetzt alle mittlerweile, die kabellose Übertragung von Daten mit Hilfe elektromagnetischer Wellen und somit gleich, ähm, die verwendete Technik, die Installationsweisen, die Kundenbeziehung und vieles mehr variiert jedoch im Gesamtmarkt Funk. Und zwar so stark, dass es für die Unternehmen durchaus Sinn macht, sich auf einen Teilmarkt zu fokussieren. Das heißt also, ich mache jetzt nicht alles mit Funk, sondern da gibt es auch wieder spezielle Bereiche. Genauso, wenn du sagst, ich mache Elektrotechnik. Ja, Dankeschön, programmierst du, machst du KNX, machst du Logo, machst du SPS, bist du in der Industrie, bist du im Handwerk, ja, so Kleinigkeiten. Also man konzentriert sich auch im Bereich Funk auf eine Nische, in der man zum Experten wird, statt wie so ein Mechatroniker von allem, was mitbekommen, aber am Ende, hm, naja, nichts Ganzes ist. Man muss danach der Ausbildung auf spezielle Lehrgänge geschickt werden und noch zwei, drei, vier für KNX, damit man genau da der Experte ist. Und dann vergisst man natürlich das andere, was man in der Ausbildung vielleicht mal grob gewusst hat. Aber es ist ganz normal. Und wenn sich jetzt so eine Firma auf dem Bereich Mobilfunk spezialisiert hat, dann sind hier nicht sämtliche Mobilfunkanwendungen gemeint, wie zum Beispiel jetzt PMR, kurz für Personal Mobile Radio oder Private Mobile Radio oder Professional Mobile Radio oder auf Deutsch übersetzt, jetzt passt auf, Jedermanns Funkanwendung, also Personal, persönliches, mobiles Radio, heißt Deutsch übersetzt, wenn man dann schaut, Jedermanns Funkanwendung, Amateurfunk vielleicht auch. Da, ihr kennt vielleicht die Laufi-Sprechis, also Walkie-Talkies. Ihr wisst, manche Dinge lassen sich nur spärlich übersetzen, sondern ausschließlich die, die den Mobilfunkstandards entsprechen. So, und da gibt es seit 1978, gibt es Mobilfunkstandards. 1978, da wurde gerade mal der Goldstandard vom Dollar, ein paar Jahre wurde der abgehängt. Und damals gab es noch richtige Knochen in der Hand. Also, ich rede jetzt nicht vom Nokia 8210, was übrigens ich auch mal hatte, ja, oder 3310, wo die Fliese eher kaputt geht wie das Handy, sondern ich rede jetzt von den Mobilfunkstandards, ja. Wir hatten nämlich mal, die erste Generation nannte sich 1G und das A- und B- und C-Netz. Aha, das A-Netz entstand sogar noch vorher 1958 in Deutschland und das war mit handvermittelter Verbindungsaufnahme. Also, die riesigen Mobilgeräte wurden im Auto verbaut und während des Telefonats musste der Motor laufen, damit die Autobatterie nicht leer wurde. Und so ein Gerät kostete damals rund 15.000 D-Mark. Und jede Basisstation war für jedes Funktelefon noch nutzbar. Also, man hat irgendwo geschaut, dass man irgendwie einen Standard hatte, dass man das, ja, nicht, ah, okay, das ist das Ladegerät, das ist das Ladegerät, was wir ja auch jetzt erst wieder in Europa hatten mit dem USB-C-Standard, ne. Dann haben wir neben dem A-Netz, 1958, das B-Netz. B-Netz für Deutschland, Österreich, Niederlande und Luxemburg wurde 1972 eingeführt. Roaming zwischen den teilnehmenden Ländern, also Deutschland, Österreich, Niederlande, Luxemburg, sowie die automatische Vermittlung von Einkommenden und abgehenden Anrufen, ja, das war jetzt nur für Anruf, war jetzt möglich. Also, vorher ging das gar nicht, so über die Landesgrenzen zu telefonieren. Das war kein Standard, so wie man jetzt überlegt, doch, ich ruf mal eben gerade die Oma in Italien an oder in den USA oder keine Ahnung wohin, ja. Der Anrufer musste aber wissen damals, wo sich die Zielgesprächspartner oder Partei befand. Ja, für jedes Gespräch musste man mit einem Gerät, das einem Radio ähnelte, eine freie Frequenz suchen, dann das Fräulein vom Amt anrufen, damit sie mit dem Teilnehmer verbunden werden konnte. Ja, und der Verbindungsaufbau war dann sehr zeitaufwendig. Da gab es mal so eine Simpsons-Folge, wo so ein paar Mädels dann die ganzen Kabel und Leitungen umgesteckt haben, ja, damit man eben wusste, okay, ich will jetzt ein Gespräch in da und da, in dieses Land haben. Und dann mussten die umstecken, ah, sie sind gerade hier, ich stecke gerade um, ich verbinde sie, alles klar. So, auch damals die Zeit gewesen. So, nach dem B-Netz kommt logischerweise das C-Netz. Ja, in Deutschland wurde das C-Netz 1986 am 1. Mai eingeführt und jetzt war die automatische Weitervermittlung eines mobilen Geräts zwischen den Funkzellen einer Basisstation möglich, die manuelle Vermittlung somit obsolet geworden. Das heißt also, ab 1986, ja, ihr müsst euch vorstellen, 14 Jahre lang musste man immer bei der guten Frau anrufen, die hat umgestöpselt. Nach 14 Jahren hat man es endlich geschafft, diese dann zu ersetzen oder obsolet zu machen, ja. Der Standard oder der Standort des Mobilfunkgeräts wurde durch die automatische Mobilitätsverwaltung ständig aktualisiert, so dass der eingehende Anruf nicht manuell vermittelt werden musste. So, und im Gegensatz zum B-Netz war das C-Netz auf Deutschland aber beschränkt. In Europa entstanden in den 80er Jahren viele dieser Mobilfunksysteme, die aber nicht kompatibel zueinander waren. Das heißt also, die Österreicher hatten ihr es, die Schweizer hatten ihr es, die Franzosen, die Italiener, die Spanier, ja. Die konnten intern, konnten die alles super machen, aber für ausgehende Anrufe, da war es noch schwierig. So, das ist so ein bisschen die Entwicklung, ja. 2G, ja, also dieses 2G, dieses G bedeutet GSM, Global System for Mobile Communications, also die Verbindung mit dem Core-Netz, 2G, auch Backbone genannt, erfolgt stattdessen über ein Funknetz, bestehend aus Basisstationen, BTS und Controllern, BSC. Das gab es ab 1993. 3G gab es ab 2003, weiß ich ganz, ganz gut, ja. Da hast du auf einmal dann eine 3G bei dir im Handy stehen gehabt, in deinem Blackberry oder sonst irgendwas, damals große Firma gewesen, cooles Handy mit diesen Tasten und so weiter, für große Firmen haben die gerne genutzt. Dann den 4G-Standard gibt es seit 2012 und den 5G-Standard seit 2019. So, also wie gesagt, dieses 2G, ja, es war dieses Mobile Communication Basisstation Controller, also eher so, ich sag mal, für den Hausgebrauch top, top, top. Also du konntest im ganzen Haus irgendwie rumlaufen, deine Basisstation war ja verbunden im Prinzip mit dem Funknetz und du hast im Prinzip dann nur über die Basisstation, dann warst du mit dem Kupfer oder auch mit dem Kommunikationsnetz verbunden. Dann gab es das 3G, ja, 3G und gut, zwischendrin gab es auch noch andere, also wenn man sich schaut, 2G hatte so eine maximale Bandbreite, jetzt hört zu, von 9,6 Kilobit. Dann haben wir 2.5G, das waren 54 Kilobit, also schon mal das fast das Sechsfache. Dann haben wir 2,75G gehabt mit 220 Kilobit, oder Kilobit, sorry, die Sekunde. Und dann erst kam 3G UMTS mit 384 Kilobit die Sekunde, ja. Das heißt also, es hat schon sich weiterentwickelt, nur eben peu a peu. 384 Kilobit, 3G. Leute, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, ich zeige euch mal hinten ein Beispiel noch am Ende oder erkläre euch das, wie lange ihr bräuchtet, um einen HD-Film runterzuladen, ja. Aber dieses 3G-Mobilfunkstandard bezeichnet das Mobilfunknetz der dritten Generation, das UMTS, habe ich ja gerade gesagt. UMTS bedeutet sowas wie Universal Mobile Telecommunication System. UMTS. Für, ähm, äh, und vergleichen, oder verglichen mit dem 2G-Standard ermöglicht das Netz noch mal deutlich höhere Datenübertragungsraten, habe ich ja gerade gesagt. Also 2G alleine war 9,6 Kilobit, 3G 384 Kilobit, also schon mal sehr, sehr viel mehr. Ja, und, ähm, da der Vorgänger vor allen Telefonie und das Versenden von Kurznachrichten förderte, begann das Zeitalter des mobilen Internets erst wirklich mit dieser dritten Generation, ja, also 2003. Doch die Funkzugriffstechnik White Bank CMDA, also Code Division Multiple Access, ermöglicht eben UMTS, das gleichzeitige Senden und Empfang mehrerer Datenströme und somit Geschwindigkeiten bis zu 384 Kilobit. Ja, Das heißt also Senden und Empfangen, das war auch noch mal so eine Sache. Beim Telefonieren musste man nämlich auch am Anfang schauen, ich rede, dann ist die Leitung besetzt, dann muss man erst wieder warten, okay, ich habe deins gehört, jetzt spreche ich wieder. Jetzt ist das ja parallel möglich. Also, Leute, das muss man auch irgendwo sehen, wo wir herkommen. Dann kam der 4G. 4G 300 M-Bits, nicht K-Bits, also Kilo, sondern Mega, 300 Millionen Bits. 4G LTE, LTE bedeutet Long Term Evolution, also der größte Vorteil von 4G gegenüber 3G ist die deutlich höhere Datenübertragungsrate, also während mit 3G meist nur Geschwindigkeiten zwischen 7 und ich sag mal 42 M-Bits, das waren dann 3.5G und so weiter, das war dann die Nachfolger kurz vor 4G, bis zu 42 M-Bits, erreichten das LTE-Netz zu Beginn 100 M-Bits im Download-Bereich. Aktuell sind es bis zu 150 M-Bits, beziehungsweise in Städten sogar bis zu 300 M-Bits. Das ist so dieses 4G. Dann gibt es noch 4.5G, also sprich diese LTE Advanced Pro, ist ein weiterer Entwicklungsschritt des LTE Standards und wird deswegen auch als Generation 4.5 bezeichnet und stellt vielmehr einen Zwischenschritt zu 5G dar. Und beim Mobilfunkstandard LTE AP werden in der Regel mindestens 3 Frequenzbänder aggregiert. Also im besten Fall sind hier Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 600 M-Bits möglich. Wichtig ist allerdings auch hier die kompatible Hardware. Natürlich, wenn ihr das Gerät nicht habt, bringt euch der beste Mobilfunkstandard nichts. Und erst neue Geräte und Betriebssysteme unterstützen eben LTE Advanced Pro, was ich gerade gesagt habe nochmal, also dieses Long Term Evolution LTE als Grundlage für schnellere 4G-Netze. So und jetzt sind wir ja aktuell ja im 5G. Das baut ja auf LTE auf und da haben wir Übertragungsraten bis zu 10 Gigabit. Ja, also Millionen, Milliarden. Ja, also eine 10 und nicht 6 Nullen, sondern 9 Nullen. So. Und bei 5G, ja, verbirgt sich das Mobilfunknetz der 5. Generation, welches im Vergleich zum eben genannten LTE-Netz 10 mal schnellere Datenübertragungsraten bereithält, wird seit 2019 in Deutschland ausgebaut und 5G garantiert euch eine optimale, schnelle Verbindung zum Internet. Zum Beispiel wichtig, um ohne Verzögerung Warnmeldungen zu erhalten, weil da geht es erstmal primär drum, um den Nutzen und nicht um TikTok und sonst irgendwas. Und 5G, wie gesagt, da braucht ihr natürlich auch die fähigen Handys dafür. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss, ja, euch was Interessantes möchte ich zeigen, verdeutlichen, nämlich einmal die Lebensdauer von so einem Mobilfunkstandard. Ihr habt jetzt die Reise mitgenommen, ja, also ich sag mal so von 58, das A-Netz, das hat so existiert bis Mitte 70er, 76, 77, 78. Dann während den 70ern, Anfang der 70er, dann gab es das B-Netz, wo ja die guten Damen umgesteckt haben, was ich euch erklärt habe, ja, wenn ihr irgendwie Roaming und so weiter ins Ausland, Holland, Italien, Frankreich, egal wo, ihr wolltet irgendwie raus, dann musstet ihr da mit den Damen telefonieren. Dann gab es 17 Jahre lang das C-Netz, das war Anfang oder Mitte der 80er bis Anfang 2000er, bis das abgeschaltet wurde, also, und dann gab es 26 Jahre des 2G-Netz, bis kurz vor 2020, ja, mit diesem Basisstation, ja, Telefon, Basisstation und so weiter. Ja, 14 Jahre lang gab es den 3G-Standard, der hat ungefähr mit dem 2G-Standard, hat er aufgehört, so Ende 2000 oder Ende 2010er. Und der 4G- und der 5G-Standard, die gelten natürlich noch, ja. Die sind so seit 2010 der 4G und der 5G, habe ich ja gesagt, 2019. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, das A-Netz gab es 19 Jahre, das B-Netz 22 Jahre, das C-Netz circa 17 Jahre und das 2G-Netz ganze 26 Jahre, das 3G-Netz nur noch 14 Jahre. Das heißt, die Spannen, wie so ein Netz existiert, werden immer geringer. Und ihr müsst mal schauen, die sind nicht mal so alt geworden, wie einige von euch da draußen, wie ihr mir gerade zuhört. So, und dann gibt es schon den nächsten. Das heißt, ihr in eurem Leben werdet mal mindestens 4, 5, 6 Daten oder Mobilfunk-Generationen mitmachen. Das muss man auch mal überlegen, wo wir herkommen und wie schnell sich das Ganze entwickelt, wie schnelllebig das Ganze her ist. Was früher mal ein Standard war und was heute ist. Und zu guter Letzt möchte ich euch aber auch noch zeigen, wie lange ihr jetzt circa braucht, um so einen HD-Film runterzuladen bei den verschiedenen Mobilfunk-Standards. Also ihr habt ungefähr für einen HD-Film bei 2G so 17 Stunden gebraucht. 17 Stunden. 17 Stunden, 11 Minuten. Dann habt ihr schon den 2.75G, also dieses Edge. Da seid ihr bei 21 Stunden. Ja, je nachdem. Dann habt ihr den 3G, 3G-UMTS. Da braucht ihr noch eine Stunde für so einen HD-Film. Je nachdem. Also, wenn man jetzt schaut, was man da... Ach, sorry. Bei 2G braucht ihr 7 Tage. Sorry, 7 Tage, 17 Stunden. Bei 2.75G braucht ihr einen Tag und 21 Stunden. Bei 3G braucht ihr nur noch eine Stunde und 23 Minuten circa. Dann bei diesem 3.5G schafft ihr es schon in 12 Minuten. Und dann bei 4G seid ihr bei 2 Minuten. Und bei 5G seid ihr theoretisch bei 4 Sekunden. Also, es geht jetzt wirklich darum, um die Download-Geschwindigkeit von einem HD-Videofilm von einer ganz geringen Dauer. Also, ich rede jetzt hier nicht von irgendwie einem Blockbuster oder so. Da braucht man natürlich schon länger in HD. Aber, wie gesagt, da sind wir mal hergekommen. Ja, für einen HD-Videofilm, wo du bei 5G 4 Sekunden brauchst, hast du früher bei 2G eine ganze Woche gebraucht, um den runterzuladen. Ja, also, man muss schauen, wo kommen wir eigentlich her und wie funktionieren diese ganzen Standards, damit ihr euch das Ganze mal so ein bisschen erklären könnt. Okay, LTE, Long-Term Evolution, UMTS, ich habe euch da so ein paar Sachen gesagt, damit ihr mal mitreden könnt. Weil, Leute, wir wollen immer alle das Beste, das Tollste, das Schnellste und so weiter. Chillt mal. Schaut mal, wo wir herkommen und seid mal ein bisschen dankbar für das, was wir haben. Natürlich haben wir im Ausland besseres Internet, weil hier ein bisschen langsam gearbeitet wird. Weil wir hier die Grünen an der Macht haben und die uns irgendwie in die Steinzeit zurück versetzen wollen. Ja, genauso wie die linken Grünen, die linken CDU, die linke SPD, alles dieses linksversüfte Pack, wo du im Prinzip eine Wassermelone hast. So, das ist im Prinzip die ganze Politik aktuell. Die sind so grün wie eine Wassermelone. Da innen drin sind die rot. Rot wie der Kommunismus, Leute, ja. Und Leute, ganz ehrlich, ich bin mit der Politik grundsätzlich, ich würde jetzt keiner Partei würde ich jetzt irgendwie zustimmen. Aber ich weiß, wem ich nicht zustimmen würde. Und das sind definitiv die, wo ich genannt habe. Dementsprechend, Leute, zu den Mobilfunkstandards. Ich habe euch jetzt alles erklärt. Gebt dem Podcast doch gerne noch fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Dem YouTube-Video noch einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, ihr habt was gelernt, noch einen Kommentar drunter. Wenn ihr sagt, euch hat was gefehlt oder ihr wünscht euch andere Themen, tiefer gehende Themen, vielleicht zum Mobilfunk, aber auch zu anderen Themen, dann schreibt mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de Da findet ihr mein Kontaktformular. Das schickt ihr ab. Innerhalb der nächsten sieben Tage kriegt ihr da von mir safe eine Antwort. Dann ist vielleicht euer Thema Teil meines nächsten YouTube-Videos, Teil meines nächsten Podcasts. Und dann heißt es nämlich weiterhin, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.